Sakai Silberfuchs 81 cm Yonsai Waldlicht auch den haben wir als Lissai gekauft wir haben so 55cm sind sehr schöne Koi sind zahm haben ein tolles Kukurin tollen Glanz war noch nicht in der Sonne sind hier in der Innenhälterung seit Nisai also da kann noch viel mehr entstehen aus dem Fisch fehlt natürlich noch Body das ist klar das geht jetzt hier in den Becken nicht so gut aber ist nicht ausschlaggebend die sind gut und gesund gewachsen sind nicht überfettet haben eine gute Körperform und wie gesagt 1 m können die alle schaffen in der Sonne die abentee Leute dass das ist werte Untertitelung des ZDF, 2020